Anlass Deutsche Volk Anlass Deutsche Volk Anlass Deutsche Volk Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Leben. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.